Vrikshasana, der Baum. Vrikshasana, die Stellung des Baumes, ist die Bezeichnung für zwei ganz unterschiedliche Stellungen. Zum einen gibt es den Baum auf einem Fuß und zum anderen gibt es den Baum auf zwei Händen. Um diese beiden Variationen von Vrikshasana zu unterscheiden, bezeichnet man auch den stehenden Baum als Ekapada Vrikshasana, also den Baum auf einem Fuß und den Handstand, was ja die andere Variation des Baumes ist, als Viparita Vrikshasana, also der umgekehrte Baum. Raffaella zeigt beide Stellungen. Zunächst einmal bei Yoga Vidya, wenn wir vom Baum sprechen, meinen wir den Baum auf einem Fuß und wenn wir den Handstand meinen, dann sagen wir einfach Handstand. Ausgangsposition kann die aufgerichtete Stehhaltung sein, Tadasana oder auch die entspannte Stellung und vielleicht wird Raffaella sich gerade so in Richtung Kamera etwas drehen, denn es gibt jetzt verschiedene Fußhaltungen. In der einfachen Grundstellung beugst du das rechte Knie und du gibst den Fuß an die Innenseite des Oberschenkels, du gibst die Hände vom Brustkorb zusammen und die Hände vor, die Hände nach oben zur Decke hin. In der Grundstellung ist der Fuß an der Innenseite des Oberschenkels. Raffaella hat schon eine Variation mit dem Fuß gemacht, du kannst nämlich auch den Fuß auf den Oberschenkel geben oder sogar auf die Hüftbeuge. Eine dritte Möglichkeit, oder vielleicht macht also den Fuß an die Innenseite des vorne auf den Oberschenkels, also die zweite Möglichkeit, was tatsächlich für Menschen, die den halben Lotus machen, sehr viel leichter ist zum Halten, obgleich auch dort ist manchmal der etwas sich wiegende Baum ist. Das wird manchmal auch bezeichnet als Ardha Padma Vrikshasana. Es gibt auch den Bada Ardha Padma Vrikshasana, das heißt den Baum aus dem halben gebundenen Lotus, das heißt von hinten mit der Hand an den Fuß fassen und den anderen Arm oben halten. Das sind schon fortgeschrittene Variationen. Es gibt auch sanftere Variationen, die Raffaella jetzt vielleicht auf der anderen Seite zeigt. Den rechten Fuß auf den Boden und den linken Fuß an die Innenseite des Knies geben. Also den Fuß weiter unten. Oder du kannst auch den Fuß an die Innenseite der Wade geben oder den Fuß auf den Fußrücken oder auch die Zehenspitzen auf dem Boden neben den Fuß. Und angenommen, du hättest Schuhe an, dann geht auch das. Dann gibst du einfach den Unterschenkel vor das Knie oder vor den Oberschenkel. Also alles verschiedene Variationen von Vrikshasana. Auch mit der Handhaltung gibt es verschiedene Variationen. Du kannst die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Das wird dann auch genannt Namaskar Vrikshasana. Oder du kannst die Arme nach oben geben, was dann auch manchmal genannt wird Utthita Hastavrikshasana, den Baum mit erhobenen Händen. Du kannst auch die Hände falten dabei oder auch die Handflächen, die Hände falten und dann die Handflächen nach oben. Das sind Variationen von Baddha-Hastavrikshasana. Das sind die wichtigsten Variationen des stehenden Baumes, der zu den wichtigsten Gleichgewichtsübungen gehört. Wir üben diese Form des Baumes bei Yoga Vidya gerne im Rahmen der Stehhaltungen zum Schluss einer Yogasitzung, einer Yogastunde. Aber es ist auch schön, den Baum zwischendurch zu üben. Übrigens, wenn du eine besondere Herausforderung haben willst, dann übe den Baum mit geschlossenen Augen. Das ist typischerweise sehr viel schwerer. Um den zu lernen, solltest du drei bis viermal am Tag den Baum zu üben. Du musst dich nicht aufwärmen vor dem Baum, du kannst den direkt machen. Wenn du den Baum mit geschlossenen Augen drei, viermal am Tag übst, wirst du schon innerhalb von einer Woche ihn beherrschen, wenn du ihn nicht schon sowieso kannst. Dieser Baum hilft also, Konzentration, Gleichgewicht und auch innere Ruhe zu kultivieren. Und dann gibt es noch einen zweiten Baum, der auch als Handstand bezeichnet wird und auch manchmal als Viparita-Vrikshasana, der umgekehrte Baum. Raffaella zeigt, wie es geht. Und da viele Menschen den Baum nicht können und Hilfe brauchen, werde ich gleich die Hilfestellung machen. Die Hände auf den Boden und du schaust mit den Augen auf einen Punkt, entweder zwischen den Fingern oder etwas weiter da hinten. Und du balancierst das Gewicht auf Fingerspitzen und Handgelenken. Du bist also auf vier Punkten, beziehungsweise noch mehr, weil du ja zehn Finger hast. Eine leichte Beugen der Ellbogen hilft und gleichmäßig mit dem Bauch atmen. Von Vrikshasana gibt es dann auch wieder viele Variationen. Du kannst die Knie gestreckt halten, du kannst die Knie beugen, du kannst die Beine auseinander geben, du kannst auch in den Lotus kommen und du kannst auch ein Bein höher geben als das andere. Aber das sind Themen von anderen Videos. Vielleicht noch etwas zur Symbolik des Baumes. Bäume sind gut verwurzelt in der Erde. Über die Wurzeln sind sie verbunden mit anderen Bäumen. Ein Wald ist ein großes Ökotop, also ein großartiger Lebensraum. Die Bäume sind verbunden mit Pilzen. Über die Pilze sind sie mit anderen Bäumen verbunden. Die Bäume kommunizieren miteinander. Sie sind verbunden mit der Erde. Sie wachsen hoch in den Himmel. Sie haben einen festen Stamm. Sie haben Blätter, Früchte und so weiter. Bieten viel Nahrung für Vögel, für Insekten und viele andere. Man spricht manchmal davon, dass Wald geschädigt sei, weil der Wald, weil ein Baum nicht vollständig lebendig ist. Man vergisst aber, Insekten freuen sich besonders, wenn ein Teil des Baumes am Morschwerden ist. Ein Morscher Baum selbst ist voller Leben. Bäume sind etwas Großartiges. Und du kannst dir auch manchmal vorstellen, du bist wie ein Baum. Du bist mit einem Fuß fest verankert in der Erde. Und du hast die Arme hoch zum Himmel, entweder die Finger zusammen oder auch so etwas zur Seite. Du hast einen starken Stamm, gut verwurzelt, starker Stamm und von dem Öffnen zur Sonne und zum Himmel. Früchte gebend und letztlich viele Wesen nährend. So kannst auch du dich fühlen. Wenn du noch mehr Informationen suchst über Baum-Symbolik, geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und suche nach Baum. Oder schreibe selbst deine Gedanken dazu in die Kommentare auf YouTube, Facebook und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.